Ey Feigensent, was geht. Feigensent, gut, dass du da bist. Ey, Maxi, Alter. Sometimes it do be like that, was? Ja, Parthex hat auch heidebeste Commentary, ja. Dann schmeiß ich direkt wieder in die Kasse einfach. Und es geht direkt los bei den beiden? Keiner will irgendwie Handwarmer oder sowas? Ist denen scheißegal. Und es scheint mir so, als wäre das für Konzi die bessere Wahl gewesen, sich hier keine Gedanken darüber zu machen, ob man da nochmal reingeht. Ja, wir müssen einen lockeren Approach irgendwie versuchen. Fürs Turnier einfach mal. Aber gegen Marius kann man sich das einfach nicht leisten. Man muss irgendwie die ganze Zeit voll dritten sein und dann war es irgendwann schon zu spät. Ich war heute gegen euch beide auch so, einfach gegen Ofis und Jan überhaupt nicht. Und gegen euch beide war ich übertrieben aufgeregt. Das habe ich voll selten. Ich wollte einfach mal irgendwie so ein bisschen Spaß-mäßig, Spaß-Modus spielen. Spaß. Und ja, hat auch Spaß gemacht, deswegen bin ich jetzt auch gut drauf. Aber... Funktioniert halt nicht gegen Marius. Funktioniert halt nicht gegen Marius. Oh mein Gott. Stomp nie mit 69. Das muss es sein. Es müssen die Prozente werden. Für mich einfach noch nicht so gut. Keine Ahnung. Muss sein, aber... Nicht der Modus, der gut funktioniert für mich. Ich meine, Marius hat möglicherweise einen dieser Tage. Ja, I don't know. Ich finde, er hat gespielt wie Marius. Ja. Anyway. Also ganz realistisch. Ohne irgendwie. Ja, scheinbar. Aber er kriegt ja nicht Konzi mit der Anti-Edge-Guard ab, er unter der Kante. Und da wird er aber gedownsmashed an. Am Ende des Tages lässt sich Konzi natürlich... Marius natürlich auch keine Liegestütze einhandeln. Weil er hat ja immer noch... Also, er hat nicht mehr zu tun mit der Schulter. Aber so cool wäre es nicht, wenn er jetzt 10 Liegestütze on-screen machen würde. Ich glaube, er würde vielleicht sagen, mit meinem Arm und so. Ihr wisst, ich hatte einen Unfall. Ja. Inzwischen geht's. Ey, aber Feigensenf ist nicht... Feigensenf ist nicht Senfpenner, oder? Ich bin nicht bescheuert. Das wäre so funny. Feigensenf ist so ein Regular in meinem Chat. Und wenn es jetzt auch Senfpenner wäre. Einfach derselbe Typ. Nur anderer Name. Das könnte sein. Weil Domit es halt geschrieben hat. Senfpenner die Vorzeigen der Legende. Ja, Feigensenf sagt, es wären Disstracks geschrieben. Okay. Ist eigentlich schwierig. Okay. Oh! Diese Phantom-Hit-Bear, die war auch wirklich so... Also, die war so weit weg von ihm und er hat trotzdem noch Damage bekommen. Weird Champ. Oh! Und schön abgeholt von der Sidebeat. Das ist immer schwierig, ey. Wenn er die dann so last minute macht und Konzi denkt so... Ja, er kann auf gar keinen Fall dafür gehen. Und er dann geht dann doch für... Ja, wirst du abgeholt. Aber... Relativ unproblematisch für Konzi hat... Oh! Dropzone, Up-Air? Standard. Classic. Okay, und wir gehen auf Fountain. Die beste... Die Spitze von der Up-Air kommt ja auch sehr früh raus. Jetzt sagst du was mit den Zahlen, ne? Aber... Kannst du mir ein... Kannst du mir ein geschlossenes... Locker Frame 5 oder so? Klar. Kaltes. Ja, klar. Normal. Dann fragst du mich, ob ich ein kaltes will. Es gibt keinen Heimweg für mich, Heide. Ich bleib für immer hier. Bis jede 101. Wenn ich in dieser Venue gefangen und grinde. Alleine. Jetzt bist du schon zu Hause. Sag mal. Ich bin hier zu Hause. Abgesehen davon, dass es ziemlich nach Charlottenburg riecht, fühle ich mich ganz gut hier. Oh, stoppen die! Und er macht es! Ist aber auch sehr gut da irgendwo in Prenzelberg. Zwei Prenzelberger. Geldjunger und ich. Ich weiß, ob Michele überhaupt in Prenzelberg noch ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist weggezogen. Michele? Bist du noch in Prenzelberg eigentlich? Bist du noch in Prenzelberg? Ne, ne? Er ist am Ostkreuz. Er ist am Ostkreuz. Er ist im Friedrichshain gelandet. Ich bin jetzt in einem Kiez mit Niki. Und Niki. Dankeschön. Möchtest du dich irgendwie mit hinterlassen? Weil tatsächlich sind Dennis und ich es geboten an Stuhlteilen. Oh, der kriegt sie noch. Ja, wir sind Stuhlteil technisch gut aufgestellt. Stuhl-Chair-Chair-Chair. Gut aufgestuhlt, wenn du so willst. Schär-Chair. Wir kennen uns. Ja, Stuhlteil ist der Heide. Ich bin so super touchy Person, ich bin so ein bisschen sneaky. Und er kriegt die näher, aber er kriegt nicht den zweiten. Aber Mario ist trotzdem schlecht an der Recovery und es steht 2-0 für Konzi. Das ist ein relativ eindeutiges Set bis hierhin. Weißt du, es gibt in dieser WG eine Hierarchie. Und diese Hierarchie ist ganz klar. Konzi ist der Patriarch. Und Maxi und... Oh mein Gott! Und er startet jeden FD-Game mit diesem Scheiß. Und er macht es schon wieder! Mario ist jetzt dasselbe Schicksal total geworden, wie Paul eins bei HTS. Gehst du das gerne gerade? Nö! Ich hab einfach mal probiert, wie es ist, wenn ich ein bisschen lockerer spiele. Ey Vince, er macht es immer! Sowie choose not durst Wir sind nicht so gut. Marius geht mit den Chain gerade nach einer Weakbär und Konsti snapped gelad. Aber ein bisschen aggressiv da reingegangen. Marius war ready für einen Power-Sheer sogar. Und ja, kein schlechter Stock für Marius. Auch wenn er am Anfang mit Falken puncht wurde, hat er seinen Weg zurück in dieses Match gefunden. Gar nicht übel, wenn ihr mich fragt. Aber ja, wenn du bei 70 stirbst von einem Knee, dann ist das, weil du gegen Falken spielst. What? Wie kann man dafür nicht ready sein? Ich frage. Ich war überhaupt nicht ready gerade. Warte mal, ganz kurz, hat Marius gerade, Konsti schon zwei Stocks abgezogen. Yes, das ist was Geschehenes. Für einfach nichts, für 13 Prozent und einen Stock. Konsti ist nicht wach und nicht da. Oh mein Gott, Konsti mit den Reads. Das ist auch so was von so ein Konsti-Ding. Er macht halt so Tag-Chases nie auf Reaction, er readet immer. Und wenn's klappt, ist es so beautiful. Aber wenn's nicht klappt, ist es halt so, Konsti, du hättest schon reagieren können. Und er sagt dann so, das ist nicht möglich. Fallgesehen hat all sein Geld auf Konsti gesetzt. Ey, Fallgesehen hat kein schlechter Call. Sit your ass down. Sehe ich auch so. Du hast all dein Geld auf Konsti gesetzt. Feigensenf, hallo Feigensenf. Feigensenf. Witzka hier für den Fall, dass du mich nicht wieder, also nicht zworten kannst. Weil wir kennen uns natürlich, aus dem Chat kennen wir uns. Ich weiß aber, ich hab wir uns mit Voice und so kennen. Ja. Wie soll ich den Feigenkindern beibringen, dass sie noch Staub essen dürfen, wenn das so weitergeht? Richtig. Feigensenf, ich sag mal so, Marius hat gegen Konsti dieses Season einmal gewonnen und es war ein Game-5-Set. Er liegt jetzt gerade 0-2 hinten. Es wäre auf jeden Fall wieder ein Game-5-Set, wenn er hier gewinnen würde. Aber Konsti ist schon der Hausruhe-Favorit. Und das hier ist auf jeden Fall die beste Stage, die Marius zur Verfügung hat. Konsti hat an sich einen sehr, sehr guten, aber auch ein ganz kleines bisschen Variablen haben. Weil Konsti, laut Michele, und auf den verlasse ich mich einfach mal, weil er hatte immer recht, wenn er was gesagt hat, nicht wirklich sauber gespielt hat, tatsächlich. Und ich bin der Meinung, dass Konsti immer besser spielt, weil er hinten liegt, aber das ist vielleicht nur ich. Keine Ahnung, ich kenn ihn nicht hinten liegen. Unnötig. Ich kenn ihn nur als Held. Wieso unnötig? Fuck. Oh shit, ich glaub ich hab den Monitor gesucht gemacht. Ah, nee, doch nicht. Nein, ich meine, ich wollte Konsti... Ja, ist okay. What? Okay, wir haben hier eine kleine Malungsverschiedenheit, wir werden uns erstmal kurz prügeln gehen. Maxi, über nehm bitte. Dennis hat keine Chance. Dennis hat keine Chance. Ich hab wirklich keine Chance. Heide ist die Stadt. Heide ist die Stadt. Jetzt kommt der Heide-Distrack, das ist die einzige Disziplin, wo ich mich sehe. Ich muss Blätter spielen. Anyway. Wir haben diese Meinungsverschiedenheit aus der Welt geräumt, Heide hat mich mies verkloppt und jetzt sind wir wieder Homies. Dennis' Nase sieht nicht mehr aus wie vorher, aber auf der anderen Seite muss man sagen... Sie sah vorher auch nicht sonderlich antraktiv aus. Wir haben, naja... Sie ist immer noch wunderschön. Wir haben versucht, meine Nase in die richtige Richtung zu tilten und naja. Beim nächsten Mal werde ich ein bisschen präziser vorgehen, Jungs, aber jetzt sind wir wieder da. Und speaking of präzise vorgehen, Konsti hat mit der chirurgischen Präzision... hat tatsächlich richtig gelegen. Oh, auf Heide. Und ich liebe, wie du es geschrieben hast, vorhin gesagt. Ja, Mann. Body-Shots. Body-Shots. Warum greift sich Heide auf Hype? Michael. Heide, Hype, schafft es nicht ganz. Berlin-13 Hype? Was ist denn das? Ist das Konsti? Ne, das bin ich. Ah, stimmt. Ich bin auch ein Emo. True. Only Body-Shots. Du hast völlig recht, aber die Sache ist halt, es ist so ein Leberhaken, der macht halt auch ein bisschen mehr her. Wie konnte er ihn damit abholen? Und ja, meine Leber ist jetzt auch für immer gedamaged, keine Frage. I've never heard of Strawstream, but his fox is sick. Ja, ey, on a wrap. Strawstream is a... Back to the... Is a local legend. What the fuck, Berlin? Dude, Berlin is insane. Sie hat im ersten Spiel ein paar abgegeben, ein paar genommen, aber auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, jetzt erinnert sich Konsti wieder daran, dass er ein relativ cooler Spieler ist. Ja, ist er auf jeden Fall. Er erinnert sich vor allem daran, dass er gegen Marius wirklich beim besten Willen nicht verlieren will, weil das wäre... Oh mein Gott! Und er holt ihn ab mit der Abwehr. Und Konsti konnte ihn noch halten. Und das ist einfach jetzt ein riesiger Vorteil, weil Konsti hat jetzt drei Stocks auf Marius. Und es ist relativ egal, dass er so 126 Prozent hat. Er wird jetzt sterben, ja. Er wird jetzt sterben, aber Marius ist immer noch ein Stock hinten. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen so diesen... Ich habe zu Hause schon sehr oft verloren Vorteil, so, ne? Äh, Nachteil. Also so ein bisschen so dieses... Äh, wir kennen das doch. Wir sitzen doch eigentlich quasi gerade im Kinderzimmer und spielen so ein bisschen gegeneinander, so. Und irgendwie hat der eine mal einen Nachteil. Und ich glaube, so ein bisschen so in der Situation ist das jetzt auch. Und je länger Marius Konsti daran denken lässt, desto besser wird Konsti und desto weniger Chance hat Marius, das noch zu gewinnen. Aber ich will hier nichts predikten. Es gab alles schon. Ich glaube, die Prediction ist over. Konsti holt sich's 3-1. Das haben wir gesehen, ja. Und du hast es sehr schön eingeleitet in dieses Ende, in dieses Finale dieses Top-3-Sets. Konsti jetzt im Grand Final gegen Niki Niki aus Gründerseite. Mal sehen, welche 10 Charaktere er diesen... Untertitelung aufgrund des MDR Lorz Da ...